Headbutt Komm ich jetzt zu dem Headbutt-Dude? Die Frage ist, kann irgendein von meinem Pokémon überhaupt Headbutt lernen? Muss ich mal kurz gucken. So, wieder direkt hier. Wieso darf ich... Muss halt wirklich Flash benutzen in der Typ Abfall, oder? Auch Blitz. Er ist doch kacke. Also wollte ich nämlich Kacke. Er ist doppelt kacke. Scheiße, Kacke schon gehabt! Und Decke ballert, da ich zu dumm war. Genau. Okay, von der Wokko-Aktion. Oh! Moment mal. Ich muss immer noch fahren. Das ist eh ein Pflanzen-Pokémon, glaube ich. Kein Critical Hit wieder. Puh! Weiter bis Pokwai. Das wäre nicht mein erstes Pflanzen-Pokémon. Würde ich wahrscheinlich wirklich Radfratz jetzt aussortieren. Einmal-Pokémon. Normal-Pokémon nützen leider relativ wenig. Und... 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 Ich muss mal gucken, wie ich das zeigen sollte. Ich glaube, das war der Typ, der verpumpen, vor dem Icar steht. Oh, ich wollte gar nicht weglaufen. Ich habe vergessen, den Angriff zu drücken vorher. Ich habe vergessen, vorher den Angriff zu drücken. Massive. 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 Totally massive. Yes, please. So, jetzt zeig mir mal hier, dich brauche ich nicht mehr oder wenn ich dich... Ja, rechtsklicken wir auch? Ne, das würde ich ziehen. So. Klapp. Wird natürlich nur jetzt, dass ich jetzt mehr Probleme habe von dem Level her. Growth und Absorb. Sassy. 150 Zufriedenheit. 150 Zufriedenheit. Ich habe überhaupt nicht mehr... Am besten habe ich 46 Zufriedenheit, glaube ich. Hier auf jeden Fall nicht. Wer wollte es sehen? Muss eigentlich der Bambara da unten gewesen sein, denke ich. Das ist ein Beauty. Ich wollte ein Booty sehen. Ein Booty. Ein Booty. Das schaffst du. Das schaffst du. Hoffentlich. Hilf mir. Holy fuck. Pffff. Pfff. Meine Fresse. Oh Pikachu! Pika Pika! Wow, die hab ich noch nicht aufgetragen von dir. Also so. Wow. Du darfst aber eigentlich keinen großen Effekt haben. Pikachu wird auf jeden Fall auch noch haben. Ähm, kann ich einmal noch? Ich probier mal einen hochballen. Sicher, sicher. Vielleicht kann der jetzt schon fangen. Sehr schön. You got Pikachu. Finally. Fehlt mir eigentlich nur noch eins hier im Wald? Dann hab ich auch mein Elektro-Pokémon. Damit bedeutet, ähm, wahrscheinlich Safran fliegt raus. Nee, Spinnerran fliegt raus. Den wollte ich eh nicht haben. Das hätte ich nicht erwartet. Pfff. 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 Du bist ein alter Schwede. Du bist ein Penner. Scheine wenn ich jetzt ab so... Äh, ich soll das nicht machen. Ich soll wieder wechseln. Zwölf. Wahrscheinlich hätte ich noch ein Schilder. Äh, Tag. Äh, Tag. Höhe. Du bist ein Gitter. Du bist ein Gitter. Du bist ein Gitter. Ach, Torben. Der Zweiter von, ey. Komm schon. Dote. 800 XP. Okay, ich level glaube ich sehr langsam jetzt. Alter. Du bist ein Arschkeks. Gib dir was Besonderes, wenn du es machst. Oh Gott. Und tot. Wow. Die XP war also nicht wert. Vergiftet zu werden. Ich get you. Jetzt müssen wir Pokémon wechseln. Und wenn du die Eich ist, kann ich schon mal gut schauen. Ich muss jetzt keine Reise machen. Ich sehe die Eich an. Nein, ich sehe die Eich an. Nein. Ich sehe die Eich an. Nein. Bine. Bine. Okay, Deutsch. so wie geht's Ja bitte heilen Dankeschön, tschüss So, du fliegst raus. Oh Pikachu, komm rein. Ich will gleich mal so ein bisschen nachtrainieren. Peace. Das ist doch hier, genau, Grasgift, okay. Ja gut. Jetzt können wir gucken, was wir wieder rechts finden. Er studiert Kräutermedizin im Moment, denn er will Pokémon Doktor werden. Er will natürlich Medizin benutzen, oder ist der beste Weg in seiner Meinung, um Pokémon zu behandeln. Die Nebeneffekte sind im Prinzip nicht existent, und sie bieten eine breite Variante. Viele Möglichkeiten, parallel dazu Pokémon gesünder und stärker wachsen zu lassen. Oh, jetzt genau, jetzt bin ich hier. Bucky Ketchup. Schau mal was mit dir an. Ich bin ja eigentlich gar nicht so unstark hier. Didn't you? Neun. Neun. Pikachu will 5 das nicht schaffen, oder? Erstmal versuchen, aber ich glaub das nicht. Auch wenn es Sounderschock hat. Ein guter Moment. Unable to move. Dedeedeedeedeede! Achso, wenn alle sind parallelisiert worden. Achso, die Bubble... Hähn schon, die Bubble Stärke ist... Pass die Akkorknaube. Äh ist egal... ... ... Blau. Einscheinlich. Ich glaube, das ist 4 und Expo. Das verstehe ich nicht. Wenn du ein Bugcatcher bist, dann schiebe ich aus meinem Taubsee gegen dich. Das macht dich platt. Habt ihr den Pirelli an Chorus gesehen? Was? Hast du die? Interessant. Töt' mir mal deine... Fasche. 615. Level 11. Sehr schön. Da hast du jetzt eine Attacke mehr ausgeholt, insgesamt. Das ist ja... 2. 3. Ich kann es gut schaffen. Zack. Holzwölz. Ich habe keine Ahnung, Pokémon außer die, die jemand in der Welt empfindet. Es hat jetzt ein Gerücht, ja. Sehnt, sehnt. Sehnt, sehnt. Das ist ja immer eine Ansage. Sehnt, sehnt. Findet ihr Pokémon, die hier drüben läuft? Der ist dick. Äh. Kann ich mal ein Buddeln nehmen? Ich habe kein Buddeln-Pokémon. Ich habe mir nicht mal Kopfnuss-Pokémon bisher, ja? Habt ihr uns... Insaid doch, äh. Ich muss irgendwie nochmal auftrainieren. Ich komme nicht mal durch, glaube ich. Da ich die, die ich jetzt trainiert habe... Genau, hier muss ich auf jeden Fall noch mal kämpfen. Und dann wieder zurück. Aber ich finde mir noch ein Feuer-Pokémon, natürlich. Aktuell. Aber ich denke, ich will lassen das mal dabei. Für heute. Haben doch relativ viele erreicht. Was drehen wir euch dann? Oder irgendwie zwischendurch. Mal sehen. Ich wünsche euch dann einen schönen Abend noch. Falls irgendjemand zuschaut. Und hoffe, ihr habt noch einen schönen, viel Spaß. Einen entspannten Abend. Und... Vielleicht genießt ihr auch das Wetter. Tschüss.